Solange wir die Europameisterschaft ausrichten, wird die Presse uns mit Argus-Augen beobachten. Deswegen dürfen wir uns nichts, aber wirklich absolut gar nichts anmerken lassen. Ist das klar? Hallo, Ingo hat erkannt, dass er dich liebt. Ja, besser sich wieder an Bea erinnert. Ingo ist noch nicht über sie hinweg. Und ich hab mir oft genug Hoffnung gemacht, dass es anders ist. Aber es ist nicht anders. Ende. Aus. Tobi, ich geh erst heraus, wenn du mir sagst, was los ist. Sie ist schwanger. Von mir. Von mir.